Hallo zurück bei Dust in Elysian Tale. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hier ist Lauri. Und ich weiß, ich bin ein bisschen leicht in Verzug. Ich habe nämlich schon lange nicht mehr gezockt. Und muss jetzt wirklich viele Folgen aufnehmen. Okay, und wir haben jetzt anscheinend einen kleinen Bosskampf. Daher werde ich jetzt mal ein bisschen üben. Wow, okay. Ähm, will ich da hin? Ja, ich will da hin. Okay. Oha. So, you've come. What have you done? You murdered all these innocent people. What? You dare speak to me of innocence when you have so casually slain a countless number of my children. Your children? You're talking about those monsters back there? Who are you? So, you don't remember my name? Rest assured, my friend. This time, you will not so easily forget it. Whoa. Okay. Okay. Boom, boom. Shaka-laka. Oh, okay. 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 oh yeah wow okay 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 hier bleib mal hier okay so wo ist jetzt wo ist er denn jetzt ah da jetzt hüpft er wieder von hinten nicht mit mir mein freundchen er macht jetzt nicht so mega viel schaden ich dachte dass er machen würde au ja 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 Die Lichter der Elysium schreien auf mich, aber kann sie erreichen die Schmerzen in dir? Ich bin zu meinem Ende. Was bist du? Oh. Die Leute wie du. Die kamen in meine Stadt. Die töten meine Familie. Ich... Ich bin nicht... Ich kann nicht erinnern. Es gibt eine Schmerz in deinen Augen, aber es ist nicht schuld. Es ist ein Verlust. Nach allem, dass du mein Kind getan hast, du immer nur von dir denken. Vielleicht ist das für die Besten. Ihr Leider, Gaius. Er hat dich und deine Schmerzen in die Kriege gebracht. Schmerzen? Er hat sogar seine eigene Kind geschossen. Unsere größte Alli von den Wormbloods. Aber eine schlug. Sie war die einzige, die ich in die Schmerzen zu haben. Sie? Wer bist du? Wer bin ich? Wer weiß? Wer sieht? Wer weiß? Wer weiß? Wer weiß? Ich schuster mich. Ich war jetzt zurück für die Weltreise. Ich bin mir alle meine Freunde. Nein! Nein! Willkommen! Tschüss! Verlust an, Wormblood. Gäuer zu gärg. Gäuern. Gäuern zu Gäuern. Wir haben es geschafft. Okay. 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 So! Können wir hier hochrufen? Ja! Uah! Wir können! Uah! Ja! Ein Schlüsselchen! Oh, cool! Gehen wir mal da hoch. Ich habe keine Ahnung, wo es hier lang geht. Uah! Ihr kommt her! Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich habe noch andere Termine. Wo laufe ich denn jetzt wieder hin? Jedenfalls nicht in die richtige Richtung. Äh! Äh! Juhu! So! Das war ja klar! Oh, cool! Bubble-Aufstieg! Ja! Kommen wir jetzt halb her da. Gut! Dann kann ich ja jetzt mal speichern. Ja! Und... Mh... ...mh... 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 und... und... Oh! Au! Au! Oh! Nicht gesehen? Ähm... Ich hoffe, ich helfe dir sicher. Okay. Ähm... Falsche Taste. Ich kann ja jetzt aber einen neuen Stein machen. Hm... Und ich sollte unbedingt mal meine Verteidigung ein bisschen hochschrauben. Denn ich glaube, Schaden mache ich schon ganz gut. Oh... Ja. Okay. Hm... Huch! Okay. Ähm... Das ist also eine Arena. Interessant. Ah, da komme ich wieder zurück. Okay. Alles klar. Wir gehen nochmal runter. Oh, okay. Ja, Leute. Wagen wir es einfach mal. Okay. Diese nervigen Fischer. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Wowie. Nein, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe echt nicht aufgepasst. Das war meine Schuld. Das ist, wenn man nicht richtig aufpasst, was da die Gegner machen. Sondern wenn man nur drauf schnetzelt. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. So, jetzt muss ich aber kurz was gucken. Jetzt gehe ich aber nochmal speichern, weil ich keine Lust habe, immer wieder den Stein dahin zu tun. So, speichern. Yeah, datal überschreiben. Genau. Juhu. Okay. So, dann mal los. Ah, okay. Das ist sogar mit Zeit. Okay. Hintersten. Jetzt komm schon her. Okay. So. Oh, ich habe nur zwei Minuten Zeit. Das ist irgendwie traurig. So. Schnell noch die Sachen holen. Okay. Oh, okay. Ah, shit. Das kommt schon. Das kommt schon. Davon stirbst du mir jetzt nicht weg. Okay. So. Kann man was Heiliges, äh, Heilendes sehen? Ah, 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 ah. Jetzt habe ich nur noch 30 Sekunden Zeit. Okay. 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 Jetzt wird es eng. Jetzt wird es eng, liebe Leute. Es wird eng. Oh, shit. Ah. Und die Zeit ist um. Egal. Ich muss trotzdem weiter. Ja, uff. Ich habe ein bisschen zu lang gebraucht. Nur zwei Sterne. Ah, naja. Cool. Was habe ich da jetzt für ein Drang gekriegt? Juhu. So, ich könnte es jetzt nochmal machen. Mach ich jetzt aber nicht. Ich gehe jetzt zum Bürgermeister und erledige die Fest. Hallo. Bei dem Mann kriegt da viel XP. Das ist schon ziemlich cool. Okay. Okay. Sir, the preparations are nearly complete. We found another of their camps, but... But it was deserted, of course. Keep up your search. They're going somewhere. And we need to know where that is. Of course, sir. If that's all... What of the rumors, Commander? Is there any truth to them at all? We are investigating, sir. But surely you don't believe. Commander, it is not your place to question what I believe. A moment of glory draws near, and I want results. As you wish, General. Where are you, my friend? Why are you hiding from me? Okay. Efeutal, Schützenpass, Dorf Aurora. Hier haben wir die Weihestätte. Und die Lichtung. Wir gehen jetzt aber erstmal ins Dorf. Ah-ha! It's great to see you back, son. I knew you could do it. The monsters have already calmed their advance. Tell me, what happened? Did you confront their leader? He was right where you said he'd be. In fact, he seemed to be waiting for us. Waiting? In the middle of a small village, surrounded by the innocents he killed. Oh no. That could only be Denham Village. Did you find any survivors? I'm sorry, Mayor Bram, but there were none. This creature that attacked the village, he was some kind of lizard, wore strange armor, called himself Fuse. A lizard, you say? A moonblood, perhaps. I wonder if Ginger would know anything about that. Ginger? That girl up on the hill? Her family was killed almost a year ago in Zeplik Village. A few days' journey to the north. General Gaius and his soldiers were looking for moonblood sympathizers. General Gaius? Do you know who he is? Not personally. His is not a name we utter here without proper cause. I've never seen him or his soldiers personally. The tragedy tends to follow in their wake. So why did they kill Ginger's family? They were helping the moonbloods, of course. Helping the enemy is a treasonous offense. Ginger escaped, but her parents and her brother did not. Regardless, I can't thank you enough for putting a stop to that mad beast before he came any closer to Aurora. If you want to ask Ginger about views, I'd suggest you hurry. It looked like she was preparing to leave town for a while. Good luck! Okay, aber wir gehen jetzt noch zu diesem Herrn hier. Okay. Where are those materials you asked for, Fail? Where are those materials you asked for, Fail? Here's your payment. If you're willing, I could use your help again. I'd like to upgrade our weapons. Beast Spears, while primitive, have finely chiseled stone tips that we can use for arrowheads. If you could bring me eight beast spears, I'll buy them for a high price. Okay. 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 Und dann... Was wollte die von mir? Oh, jetzt habe ich sie aus Versehen ein bisschen abgewürgt. So, aber ich suche irgendwie jetzt noch den Typen, der uns gebeten hat. Da ist Ginger, aber mit der reden wir jetzt noch nicht. Ich will doch nicht mehr. Okay. Wo ist denn jetzt der Typ? Oh, wir müssen jetzt unbedingt mit ihr reden. Okay. Ja, wie viel Freiheit dieses Spiel item lässt. Wow. Oh. Ich habe den Himmelen, Ginger. Ich habe ihn verletzt, und ich habe ihn verletzt, und ich habe ihn verletzt, und ich habe ihn verletzt. Ich habe ihn verletzt. Diese Krieg ist auf uns alle in die Monster. Danke, Ben, für die Feuze aus seiner Schmerzen. Right bevor der Ende, er sieht so gut. Er hat mir ein paar Dinge erzählt, bevor er hat er gebeten. Er hat mir versucht, um die Krieg zu erzählen, um deine Familie zu erzählen. Er war da, da meine Familie wurde, ja. Er hat ihn verletzt, um ihn zurück zu bringen, um ihn zurück zu bringen. General Gaius hat sie in der Stadt verletzt, verletzt sie auf den Boden. Ich dachte, Feuze hat sich getötet. Jetzt wünsche ich er hat. Ich bin sorry. Und warum ist das? Die letzte Mal, wenn ich eine Ausgabe wie deinem, war der Tag, meine Familie wurde verletzt. Das Ausgabe, er gehört zu Gaius' Soldaten. Wer bist du, wirklich? Ich... nicht weiß. Das ist nicht eine Antwort. Hey, Eez-Off! Ich kann nicht erinnern, okay? Ich weiß nicht, dass er seine reale Name ist. Du bist, du bist mehr dankbar. Er hat sich nur diese Village zu verletzt, und ich... Well, ich habe ihn verletzt, und ich habe ihn auch wirklich getötet. Und ich bin auch wirklich getötet. Fidget, bitte, calm down. Sie ist richtig, dass sie sich selbstverständlich ist. Ich weiß nicht, aber ich bin wie ein von Gaius' Soldaten. Das kann nicht gut sein. Erzähl mir vom Krieg. Warum verlässt du die Stadt? Wo finde ich General Gaius? Ähm... Warum ist Gaius so obsessed mit killingen diese Moonbloods? Was machen sie? Nichts. Sie existieren. General Gaius sie als eine impurität. Eine Art kosmische Fehler, die er glaubt, muss sich aus seinem Welt entfernt. Ich habe versucht, wo ich kann, aber es ist schwer. Es gibt viele Moonbloods nicht mehr außerhalb ihrer Hausland. Und es ist nur ein paar Zeit, bevor Gaius wipes sie aus entirely. Ist es etwas, was ich kann tun, um zu helfen? Wenn nur ein Mann stand gegen eine Armee standen. Sadly, nein. Es gibt nichts von uns, was wir tun können. Keine Hoffnung für die Moonbloods sterben mit meiner Familie. Mayor Bram hat gesagt, dass du nach der Stadt verlassenst. Ja. Die Räume und Flüge rund um die Aurora starten zu drehen komplett. Without Wasser, die nur etwas zu tun ist, um nach vorne zu gehen. Es ist nur ein paar Zeit, bevor die anderen folgen mir. Warum würden die Räume all die Räume öffnen? Es ist nicht so, dass es sehr heiß ist. Und war es nicht ein großer Regensturm ein bisschen vorhin? Ich weiß, es macht keinen Sinn. Ich bin ehrlich gesagt, ich glaube, das ganze Land ist kursiert. General Gaius' Blutlust hat diese Land immer wiederum. Ich wundere, dass wir nie wiederum. Oh. Wow, was das war? Es kam aus dem Zentrum der Stadt. Ich bin nicht, wenn ich mich, dann geht's. Wir müssen sie ise outside Informationen halten. aaaa. Musik? ust